Sie wollen Farbe, sattes Rot, starke Kontraste, ungewöhnliche Muster, etwas, was nicht jeder hat? Dann lassen Sie keine Laien ans Werk, vertrauen Sie uns. Malermeister Mirko Knobloch mit jahrelanger Berufserfahrung beherrscht sein Handwerk aus dem FF. Er und seine Mitarbeiter sind ein eingespieltes Profiteam, das schleift und streicht, lackiert und tapeziert, bis alles so ist, wie Sie es sich wünschen. Egal, ob Ihr ganz persönlicher Wohlfühlplatz, gemütliche Cafés oder geschäftige Büros, wir geben den Räumen Ihr Flair, das gewisse Extra, damit Sie so individuell wohnen und genießen können, wie Sie möchten. Ob als Privat- oder Geschäftskunde, wir nehmen Ihren Auftrag als Herausforderung an. Gemeinsam suchen wir die passgenaue Lösung. Das war wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit. Wir haben im Grunde keinen anderen Maler in der Wohnung gehabt, außer Ihnen. Pünktlich, genau, präzise. Und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das kommt auch noch dazu. Das würde ich jederzeit wieder so machen. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit dem Planungsbüro Rösler-Projekt zusammen, sodass wir noch besser auf Ihre Wünsche eingehen können. Schon bei der ersten Beratung stellen wir Ihnen alles vor, was bei Ihnen zu Hause möglich ist. Für Sie unterwegs und das rund um die Uhr, wenn Sie wollen, selbst wenn Sie im Urlaub sind, können wir Ihren Auftrag fertigstellen. Dieser Service ist für uns selbstverständlich. Bei Renovierungsarbeiten rund ums Haus steht im Vordergrund der Schutz- und die Werterhaltung der Bausubstanz. Hierin sind Malermeister Mirko Knoblauch und sein Team spezialisiert. Und so finden Sie uns. In Dresden-Leubnitz haben wir unser Büro. Hier ist Platz für Ihre Wünsche und Vorstellungen. Wenn Sie Ihr Heim in unsere Hände legen, sorgen wir nicht für ein buntes Durcheinander, sondern für eine stimmungsvolle Atmosphäre, die auch Sie strahlen lässt. Und so sind wir für Sie da, Malermeister Mirko Knoblauch und sein Team für Sie unterwegs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017